Ja hallo zum fünften Teil des NATS Tutorials. Heute geht es um Mandantenfähigkeit. Es geht darum, wie ihr eine NATS Installation so trennen könnt, dass ihr verschiedene Anwendungen oder vielleicht sogar verschiedene Kunden auf derselben Infrastruktur betreiben könnt. Als erstes schaue ich mir mal an, was passiert, wenn ich die Mandanten nicht getrennt habe. Dazu führe ich jetzt einen Subscriber aus auf einem Topic. Das Topic nennt sich hier Updates und die Subscription läuft. Dann starte ich einen Publisher, der dazugehört, auf das gleiche Topic. Und wie erwartet, sollte ich die Nachrichten bekommen haben, ich gebe einfach zehn Stück aus. Da sind sie. Ja, ganz normal. Aber jetzt stellt euch vor, ihr habt ein anderer Kunde, eine andere Anwendung und das nimmt zufällig auch dieses Subject Updates. Und das ist jetzt nicht hier aus dem Shop, sondern das ist jetzt aus dem Personalsystem. Und wir schicken von diesem Publisher auch Nachrichten an dieses Topic. Und die bekommt natürlich dann auch der Subscriber. Das heißt, diese Shop Updates, die waren richtig, aber die Personal Updates, das passt nicht. Die sind falsch. Ja, wir haben jetzt auch noch keine Mandantenfähigkeit eingerichtet. Das machen wir aber jetzt. Wir setzen das System jetzt so auf, dass wir hier getrennte Mandanten haben. Und dann sollten wir die Nachrichten nicht mehr auf das gleiche Topic bekommen, sondern wir haben dann zwei Topics. Die heißen zwar gleich, aber die befinden sich in zwei unterschiedlichen Mandanten. Hier sehen wir die Konfiguration, um die Mandantenfähigkeit einrichten zu können. Wir haben das bisher noch nicht genutzt, aber es ist auch möglich, mit Nuts eine Konfiguration anzugeben. Das ist so ein Format, sieht so ein bisschen aus wie JSON, ist aber kein JSON. Ich konfiguriere hier die Accounts, sage, also Accounts, das ist ein Mandant, sage, es gibt einen Mandant-Shop, es gibt einen Mandant-Personal. Beide haben Benutzer und der Shop hat den Benutzer A und B mit diesen entsprechenden Passwörtern. Und der andere Mandant hat die User C und D mit diesen Passwörtern. Und über die Logins werden wir dann zugeteilt, entweder an den einen Account oder den anderen Account. Ich kann jetzt einfach den Nuts-Server starten und kann die Account-Konfiguration mitgeben. Jetzt lasse ich nochmal das gleiche Beispiel von gerade eben laufen. Also ich starte den Shop-Subscriber und dann den dazugehörigen Shop-Publisher. Und wir sollten sehen, die Nachrichten kommen an. Es ist ja der gleiche Mandant. Hier, der Publisher, der hat sich auch angemeldet mit A und wurde dann diesem Shop-Account zugeteilt. Jetzt werfe ich einen Blick auf den Publisher-Personal und der meldet sich jetzt mit dem User C an. C gehört aber nicht zum Shop-Account, sondern zum Personal-Bandant. Und da gucke ich mal, was passiert, wenn ich den ausführe. Ich werfe einen Blick auf den Subscriber. Es sind keine Nachrichten angekommen. Aber wir können jetzt natürlich auch nochmal einen Personal-Subscriber starten. Der meldet sich jetzt mit dem User D an und der ist zugeordnet dem Personal. Dann nochmal den Publisher. So, ein Blick auf die Konsolen. Hier ist nichts angekommen, so wie wir es erwartet haben. Und der Personal-Subscriber, der hat seine Nachrichten bekommen. Das heißt, wir haben jetzt zwei ganz getrennte Welten, zwei getrennte Accounts und könnten da drüber in der Cloud beispielsweise, ein Cloud-Anbieter könnt ihr das nutzen. Da könnt ihr jetzt halt einfach Nuts as a Service anbieten, könnt ihr den Nuts einmal laufen lassen und könnt ihr dann sagen, okay, jeder User kann sich auf seinem Account beliebige Subjets einrichten, Consumer starten, Prod-User starten und die kommen sich nicht ins Gehege. Das kann aber auch interessant sein, nicht nur in der Cloud, sondern halt auch im Unternehmen, dass ich sage, das ist die eine Microservices-Anwendung, die besteht aus zahlreichen Microservices und die sehen nur sich untereinander. Und hier habe ich eine Microservices-Anwendung. Und das gibt es auch viele Publisher und Subscriber. Sie teilen sich eine Infrastruktur, sie teilen sich einen Nuts-Cluster, sind aber komplett separiert. Das kann ich damit aufbauen. Wir sind am Ende dieser kleinen Reihe angekommen. Es ist Zeit, ein kurzes Fazit zu ziehen. Also wir haben gesehen, Nuts besitzt Einschränkungen. Bei Nuts bekomme ich nur eine At-Most-Once-Garantie. Das heißt, er garantiert mir im Prinzip gar nichts. Die Nachrichten können verloren gehen. Trotzdem hoffe ich, dass man gesehen hat, dass Nuts-Core interessant sein kann, dass man auf Anwendungsebene beispielsweise mit Request-Reply arbeiten kann, dass vielleicht nicht jede Nachricht auch unbedingt ankommen muss. Und dass man dafür aber halt andere Vorteile bekommt, dass Nuts einfach zu betreiben ist, wartungsarm zu betreiben ist. Damit kann ich robuste Systeme bauen. Also sie sind nicht robust dann, sage ich mal, gegen Nachrichtenverlust, aber sie bleiben robust im Betrieb. Und vielleicht ist das auch für der eine oder andere interessant. Wenn nicht, schaut euch Nuts-Streaming an oder Kafka oder Pulsar, die anderen Broker. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Lasst mir gerne ein Like oder eine Subscription da. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Thomas.